Ich bin stinksauer. Was habt ihr mir da für eine Gurkentruppe gegeben? Auf dem Papier ist das eine der besten Karten der Welt. Wir spielen im Sommer eine Heim-EM und spielen gerade Vigibraltar. Hey, nichts für ungut. Wenn wir nicht automatisch qualifiziert, würden wir es nicht mal schaffen, mit den Holzköpfen da auf Platz und Zapf zu qualifizieren. Also Julian, wir hätten nur noch einen Job für dich frei. Aha, interessant. Welchen Job denn? Edin, du weißt doch, wieso noch einen Flaschenträger? Ja, besser ist das.